Hey hallo, hier ist wieder euer MacPabrik. In diesem Video möchte ich euch gerne einmal zeigen, wie man am PC oder auch am Laptop ein Screenshot erstellt, denn mich ereilt diese Frage ab und zu immer wieder. Bei einigen Videos biete ich das nämlich an, dass man sich eine Schablone bei mir via Screenshot aus dem Video heraus kopieren kann und da zeige ich euch jetzt auch gleich mal anhand dieses Beispiels, wie das geht. Ich habe hier schon ein Video geöffnet und zwar ist das hier ein Papierhaus, ein Modellbauhaus, was man bauen kann und ja, hier geht es darum, sich dann halt diese Schablone per Screenshot heraus zu kopieren. Alles, was ihr dafür tun muss, ist einmal die Print- oder die Drucktaste auf eurer Tastatur zu drücken, dann geht ihr über die Windows-Starttaste in das Programm Paint hinein, öffnet dieses und dann mit den Tasten STRG-V fügt ihr das Bild ein. Da seht ihr, so einfach ist das, so schnell kann man einen Screenshot erstellen bzw. den Bildschirm abfotografieren. Ich hoffe euch hat diese Erklärung gefallen und geholfen, wenn ja, gebt mir doch einen Daumen nach oben. Ich sage bis zum nächsten Mal, euer Mac Peverig.